Mama, guck mal, zwei Doppeldecker! Krass! Ja, zwei? Ja, in grün und weißen. Also gelb und weiß, meine ich jetzt. Ja, ich hab ja gesagt, dass ich jetzt rausgucken muss. Das ist doch schön. Haben wir aber selten hier, aber zwei? Nein! Da kommt der Dritte! Juhu! Ja, danke! Das muss der Rote sein. Der fliegt immer zuletzt. Ja, ne? Ja, weißt du, wie ich das gemacht habe? Ich hab die ja kaum gehört. Dann bin ich schnell rausgeflitzt und Du konntest kaum erwarten, ne? Drei Stücke! Guck mal, die Wolken sind ja schön!